Nachdem unsere Filmpläne diese Woche ins Wasser gefallen sind, reisen wir ca. einen Monat zurück an einen Tag bester Kletterverhältnisse an der Kastelwand. Hier zieht im linkesten Teil der Westwand durch den glattesten Plattenpanzer das Target. 1986 durch Hans Dieter Brunner erst begangen und ein paar Jahre später durch Andreas Bindhammer um die logische Direktvariante erweitert. Dieses furchteinflößende Plattenbollwerk wird nur selten von Kletterern versucht und noch viel seltener dann überhaupt durchgestiegen. Doch dann kam letztes Jahr der Simon daher. Während des ersten Corona-Lockdowns konnte er mit der Steigklemme eine halbwegs gängige Sequenz durch diesen Plattenpanzer entziffern. Und mit Hilfe dieser Sequenz erhielt die Tour innerhalb des letzten Jahres eine Handvoll Begehungen. Und deutlich so viel wie während des gesamten letzten Jahrzehens. Ein Jahr später gelang ihm dann selber der Durchstieg dieser äußerst anhaltenden Platten-Tour. Und nun sehend selbst ungeschnitten allerhöchste Kletterkunst. Und nun sehend selbst ungeschnitten werden. Das war's für heute. 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 Yeah! 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 Viel Spaß!